Als nächstes wollte ich mich tatsächlich an Lied 503 wagen. Das ist, finde ich, gar nicht so leicht zu spielen für jemanden, der jetzt kein Vollprofi ist. Deswegen versuchen wir es einfach mal. Aber ich fand das Lied so passend, weil wir jetzt gerade in dieser doch sehr beschränkten Zeit wenigstens sehr schönes Wetter haben und der Frühling so richtig rauskommt. Deswegen fand ich 503 ganz passend. Und auch hier würde ich jetzt einmal die erste Strophe singen und danach würde ich nochmal zwei Strophen nur instrumental spielen, damit ihr dann für euch zu Hause den Text mitsingen könnt. Die aus meinem Herzen suchen und fühlen in dieser Lieben, so mach es sein kann. Sieh, wie sie mir und dir sich ausgeschlügelt haben. Sieh, wie sie sich ausgeschlügelt haben. Sieh, wie sie sich ausgeschlügelt haben. Sieh, wie sie sich ausgeschlügelt haben. Untertitelung des ZDF, 2020